Diese Woche bei Hour of Power. Genießen Sie die großartige Musik von Nita Whitaker, die Sie mit Ihrer Stimme verzaubern wird. Lassen Sie sich durch eine besondere Predigt von Bobby Schuller mit dem Titel Advent sei ein Wohltäter für Ihren Alltag inspirieren. Bobby fordert Sie heraus, Gutes zu tun, auch wenn es keiner merkt. Seien Sie ein Wohltäter, vor allem jetzt zur Adventszeit. Entdecken Sie Hour of Power, die beste Stunde im Fernsehen.